Musik Der Gedanke an diesen Tag heute, der hat mir dann oft im Studio Motivation gegeben, weiterzumachen, wenn ich einfach mir vor meinem inneren Auge vorgestellt habe, wie ich vorne mit meinen Kommilitonen stehe und das Hütchen in die Luft werfe. Die Besonderheit einer Fernhochschule ist, dass die Studenten fast alle berufstätig sind und schon viele einschlägige, interessante Erfahrungen aus der Praxis mitbringen. Der Weg ist das Ziel. Lange habe ich mir diesen Tag erträumt, denn für mich war das nicht selbstverständlich, heute hier auf der Bühne zu stehen. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten wir folgende Dinge lernen. Geduld, Kontinuität und das Bewusstsein, das Ziel zu schaffen. Während des Studiums hat sich schon was geändert. Das heißt, ich bin jetzt schon mal in meiner ersten Wunschposition. Das sind einfach so diese Kleinigkeiten im Studium, wo man sich nicht nur als eine Nummer gefühlt hat, sondern als individuelle Person, auf die dann auch individuell eingegangen wird. Ich kann mir eigentlich keinen besseren Weg vorstellen zu studieren, für jeden, der aktuell im Berufsleben steckt. Und mit der EurofH erfährt man einfach die beste Begleitung an der Stelle. Das ist ein bester Regime fürixe Ist. Ich bin jetzt another gut für mich. Ich bin jetztgericht. ñas-nenr Kabine-arten ются geimp Santiago ника square